Hallo hier ist Europa Box 28 zu einer Runde Need for Speed Rivals auf der PlayStation 4 und wir starten hier jetzt mal das Hot Pursuit. Wir müssen hier Geld erreichen. Ich hoffe, dass jetzt mal die Webcam ist noch unten. Ich habe vorhin drei, vier Aufnahmen verkackt, wie mich das aufgeregt hat. So hundertprozentig sind Runden, wird es immer noch nicht sein, aber so 95 Prozent. What the fuck? Alter, wie die Karre in die Luft geflogen ist, das ist ja unfassbar. Irgendwie werden die Gegner immer krasser. Also ja, das ist ein Kop-Level, dass man ist. So, jetzt können wir Schnee in die Tanke für die Reparatur. Der Lamborghini auf dem ersten Platz. Alter, jetzt hat er noch Speed Scheiss eingesetzt. Scheiss. So, zwei haben wir verhaftet. Es ist nur noch der Racer hier. Aber der will sich rein und nicht verhaften lassen. What the fuck? Was war jetzt hier für einen Krack? Wir haben es eh schon vergessen. Wenn es der liebe Racer nicht stehen bleibt, schaffen wir es eh nicht mehr. Die Lamborghini klebt einfach zu fest am Boden. So, wir haben Gold geschafft. Wir haben es geschafft. So, hier ist ja noch Opposite, wo ich schon auf Gold geschafft habe. Dann werde ich das wohl nochmal auf Gold schaffen. Eastward Raid. So, wenn ihr Fragen und sonst noch etwas habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich habe nichts dagegen, wenn man mich um Sachen fragt. Zum Beispiel, wenn man mich fragt, ob ich schwarz bin. Wollt man, dass ich weiss bin? Zum Beispiel. Kann man das mich auch fragen. Wieso müssen immer die Autos... Weisst du fährst mit blauem Licht? Aber die Polizei hier, äh die normalen Personen so... Ist mir egal. Alter. Können die nicht auf die Seite gehen? Oder gibt es in Amerika andere Gesetze? Wenn die Polizei kommt oder was, dass man nicht auf die Seite geht. Und dann mal... Lamborghini ist einfach scheisse, Mann. Ich habe gerade geklingelt... Teamieeee! So, und... Gibt es mir einen anderen Karre, als diesen scheisse Lamborghini... Verpickten Tag... Was ist so ein Kopp? So, wir haben eh schon Gold, gehts aber nicht mehr. Ah, er ist hier. Gesundheit. Gesundheit. So, Gold haben wir. Jetzt noch ein Gold bei Interceptor. Wo haben wir denn? Das ist Schnelleinsatz. Hopp ist U. Das ist ein harte Interceptor. Das ist L. Das werden wir schaffen mit unserem billigen Lambo. Aber zuerst gehen wir hier vorne nochmal schnell in die Werkstatt. Also wie wir wieder voll bewaffnet sind gegen die bösten Eraser. So, wer es interessiert, ich habe meinen PC noch aufgerüstet. Von Festplatten bin ich auf etwas Modernes umgestiegen. Das nennt sich SSD. Und man merkt es, die Spiele laden schneller. Da flutscht alles sozusagen, was man macht. auch die Aufnahmen und was. Geht schnell zum speichern. Oh, fuck. Liebe Polizisten, geht doch auf die Seite. Wtf. Was hat denn der für eine Karte? Die Maester Martin wäre sicher am Arsch, wenn er den verfolgen müsste. Alter, willst du mich verarschen oder was? Das ist schon so ein Level-Up. Und so einen übelsten Spottwagen, ich habe mich losgekommen. Das schaffe ich niemals in zwei Minuten. Oh man! Du scheiss Passant! Und... Ich bin ja eh abgesperrt, was fällt denn der hier durch? Es geht der Scheiss fixer nicht auf die Seite. Dann verliere ich halt den. Dann mache ich irgendwo anders als Schnee, so ein Interception-Kack. Also jetzt... wo die Zeit abgelaufen ist, ist es dem Scheiss egal. Du scheiss Passant! Das würde schon schneller gehen, wenn die Scheiss... Ich glaube, ich habe noch einen Interception-Kack. So, irgendwo hier war doch ein guter... Oh, genau! Ich habe auch einen Interception-Way in der Nähe. Ich hoffe, dass auf dem Weg... eine Werkstatt ist. Ich habe noch einen Eraser überholt, das Krupp. Darf man ja heutzutage. Die Mini-Map flackern ab und zu, warum habe ich das Gefühl. Oh. Zwei Minuten Zeit, okay. Oh, ein Ferrari Enzo. Was macht denn der Typ? Was ist denn da jetzt gerade passiert? Hä, wo ist er da? Also in echt hättest du Einsatzkräfte, die dich unterstützen würden, aber hier... Scheiß. Ach du Scheiße. Endlich geschafft, diese Kack. Ich hab den Keller nicht. Du. Ich hab ihn. So, geschafft. Unter 14 Stunden. Äh, über 15 Minuten. Äh, unter 14. Nein, ist ja egal. Wir haben es jedenfalls geschafft. Diese 41 Minuten stehen nur da, weil auch die ganze Zeit die Webcams synchronisiert haben. Weck Laren. Weck Laren. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Das ist einfach an sich. An sichre ist es einfacher. Noch zwei Level und dann ist es fertig. Also... Die Kampagne sozusagen von dem Spiel. Und darum muss man... Ach, hol da mal. Ach, du, 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 du... Gut, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Need for Speed Rivals. Und wir sehen uns denen wieder. Vielen Dank.